Mit einfachen Worten ins Abenteuer der Sprache. Ich lerne Deutsch. Mit einfachen Worten. Erholung. 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 Nummer 12. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Erholung im Urlaub ist eine gute Gelegenheit, neue Kraft zu tanken. Erholung im Urlaub ist eine gute Gelegenheit, neue Kraft zu tanken. Erholung durch Sport ist ein wirksames Mittel, um den Körper fit zu halten. Erholung durch Sport ist ein wirksames Mittel, um den Körper fit zu halten. Die Erholungsphase nach einer Operation ist wichtig für die Genesung. Die Erholung der Natur ist ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Die Erholung der Natur ist ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Erholung ist eine Voraussetzung für Gesundheit und Wohlbefinden. Erholung ist eine Voraussetzung für Gesundheit und Wohlbefinden. Die Erholung ist eine Chance, neue Perspektiven zu erkennen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Die Erholung der Natur ist einiger Beitrag zum Klimaschutz. Die Erholung der Natur ist einiger Beitrag zum Klimaschutz. Die Erholung der Natur ist einiger Beitrag zum Klimaschutz.